So, und ebenfalls in Berlin begrüße ich ganz herzlich mit einem herzlichen Bonjour Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung. Grüß Sie. Schönen guten Tag. Also haben Sie das gerade alles wahrscheinlich auch mitgehört, was Christian Lindner da über die Zukunft seiner Partei und auch über die Zukunft Deutschlands gesagt hat. Sind Sie zufrieden mit solch einem Oppositionspolitiker? Naja, Christian Lindner hat es natürlich nicht leicht, nachdem er aus den Jamaika-Sondierungen ausgestiegen ist. Vielleicht ein bisschen in der Hoffnung, dass es dann mit einiger Verzögerung Neuwahlen gibt und sein eigentliches Ziel, nämlich der Sturz von Angela Merkel, dann vollzogen wird. Dazu ist es jetzt nicht gekommen. Insofern stehen einige harte Jahre vor ihm. Er muss sich am rechten Rand gegen die AfD abgrenzen und er muss mit anderen Oppositionsparteien darum ringen, wahrgenommen zu werden. Und das wird sicher nicht ganz einfach. Also das klang jetzt noch nicht danach, als dass man das wahrnimmt? Oder wahrnehmen kann? Ja, man kann ihn schon wahrnehmen, aber Sie haben ja selber auch die Frage gestellt, vieles von dem, was er da sagt, ob er das nicht hätte haben können in einer Jamaika-Koalition. Und dann sagt er immer nein, weil das angeblich nicht zu verwirklichen war. Ich finde, man hat an der SPD, wo man viel kritisieren kann, aber eins hat man gesehen. Die hatten eine ziemliche Geduld und eisernen Nerven und haben das durchgezogen. Und Christian Lindner selber hat gesagt, dass ja 70 Prozent der Inhalte des Koalitionsvertrags sozialdemokratisch gewesen wären. Also wenn er ein bisschen mehr Sitzfleisch gehabt hätte, wer weiß, wie viel die FDP noch hätte durchsetzen können. Denn dass es den Wunsch gab, insbesondere bei Frau Merkel, lieber Jamaika zu machen als eine große Koalition, die ja damals von der SPD noch ausgeschlossen wurde, das steht auch fest. Also ich glaube, er macht es sich da ein bisschen einfach und jetzt muss er eben die Strafe dafür zahlen. Er muss ja noch ein bisschen was leisten demnächst. Soll er ruhig. Bleiben wir bei der SPD, Sie haben es gerade schon angeschnitten, 66 Prozent. Sie waren überrascht oder nicht überrascht? Ich war sehr überrascht. Ich hatte, um ehrlich zu sein, überhaupt kein Gefühl mehr. Im Übrigen haben wir Journalisten ja in den letzten Monaten, fast Jahren, muss man schon sagen, mit Prognosen oft sehr stark daneben gelegen. Deswegen habe ich mir dieses Mal eine Prognose verkniffen, außer im redaktionsinternen Tippspiel. Und da sage ich Ihnen lieber nicht, welchen Platz ich eingenommen habe. Ich war überrascht, 66 Prozent. Damit hätte ich nicht gerechnet. Oh, okay. Das lassen wir mal so stehen. Ich frage gar nicht weiter nach, nach dem Platz. Allerdings jetzt, wo die Abstimmung gelaufen ist, es hieß ja immer erst mal die Inhalte, also Koalitionsvertrag, dann das Personal. Jetzt darf man doch über Personal reden. Was ist da los? Also die CDU hat vorgelegt, die CSU wohl anscheinend dann heute. Die SPD wartet immer noch. Warum eigentlich? Das glaubt Ihnen doch keiner, dass die bisher nichts darüber gesprochen haben. Ja, Sie werden sicher darüber gesprochen haben. Aber es ist natürlich eine Stilfrage. So hat es ja auch der Generalsekretär Lars Klingbeil heute Morgen schon bei ihren Kollegen im Morgenmagazin formuliert. Erstmal musste man schon sehen, und das war ja auch in der eigenen Wahrnehmung der SPD nicht so ganz sicher, ob diese Abstimmung wirklich durchkommt. Und jetzt nehme ich schon an, dass Andrea Nahles und auch Olaf Scholz, die ja sehr eng zusammenarbeiten, eine gewisse Vorstellung haben davon, wie das Kabinett aussieht. Aber sie werden das auch nicht alleine entscheiden können. Sie werden da einige Gespräche führen müssen in der SPD noch stärker als in der CDU, wo Frau Merkel ja relativ freihändig agieren kann, wird Proporz zu berücksichtigen sein. Und dann natürlich einfach auch die Frage, was hat man für diese gewichtigen Ministerien, die man ja ausverhandelt hat und auf die man ja sehr stolz ist, eigentlich für Leute, um sie dann auch wirklich sinnvoll zu besetzen. Ich glaube, dass die Gabriel-Frage, sagen wir mal, 70 zu 30 gegen ihn entschieden ist im Auswärtigen Amt. Aber ganz genau weiß ich es auch noch nicht. Okay, 70 zu 30 gegen ihn. Also Sie rechnen nicht damit, dass Gabriel auf dem Außenministerposten bleibt. Aber ich meine, Sie wären ja kein Hauptstadt-Korrespondent und hätten nicht viele Kolleginnen und Kollegen in Berlin, wenn Sie nicht ganz viel darüber reden würden und eigentlich Ihr Kabinett schon steht. Also, gehen wir es doch mal an. Welche Personen sind denn, nehmen wir die SPD, dort unterwegs? Welche Namen werden genannt und welche Namen sind schon wieder weg? Also es gibt zwei oder drei in der SPD, die sind gesetzt. Das eine ist Olaf Scholz als Finanzminister. Ich glaube, das ist auch unstrittig. Dann sind Katharina Barley, die bisherige Familienministerin, und Heiko Maas, die eigentlich als gesetzt gelten, dass sie wieder im Kabinett sind. Wo genau, das wird sich noch zeigen. Das hängt natürlich von der Frage des Außenministeriums ab. Einer oder eine von beiden könnte dieses Amt haben. Beides fände ich jetzt nicht spontan eine überzeugende Besetzung, um ehrlich zu sein. Aber gut, vielleicht fällt denen auch noch was anderes ein. Und dann ruckelt sich alles hinten nach. Da gibt es auch die Variante, dass Frau Barley oder Frau Högl aus Berlin Justizministerin wird. Frau Barley war mal Richterin, hat auch am Bundesverfassungskrieg gearbeitet, ist Juristin. Also dafür wäre sie durchaus geeignet. Und die interessanteste Personaldiskussion, ehrlich gesagt, finde ich, ob tatsächlich Franziska Giffey ins Kabinett geholt wird. Das ist die Bezirksbürgermeisterin von Neukölln. Eine junge, sehr durchsetzungsfähige Frau. Und noch dazu kommt sie aus dem Osten. Das heißt, die SPD könnte da nach der CDU oder nach Frau Merkel, die ja darauf verzichtet hat, neben sich selbst, die sie ja aus dem Osten kommt, noch eine weitere Ostdeutsche oder einen Ostdeutschen ins Kabinett zu holen. Da könnte die SPD ein Signal setzen mit Frau Giffey und übrigens auch ein Signal der Verjüngung. Denn wenn ich es richtig im Kopf habe, ist sie erst 39. Das fände ich einen guten Schritt, auch wenn es für Berlin, wo wir ja mit erfolgreichen Landes- und Kommunalpolitikern auch nicht gerade gesegnet sind, ein Verlust wäre. Ja, bleibt uns noch kurz Zeit, auf die CSU zu schauen. Das könnte ja heute dann doch entschieden werden oder bekannt gegeben werden. In der CSU ist die Sache, glaube ich, relativ klar. Horst Seehofer hat jetzt gesagt, dass er das Innenministerium übernimmt. Ich glaube nicht, dass das für die ganze Legislaturperiode gelten wird. Und Andi Scheuer, der bisherige Generalsekretär, wird Verkehrsminister. Gerd Müller, was ich wirklich gut finde, bleibt Entwicklungsminister. Das ist ein wirklich interessanter Kopf, der ein bisschen wild immer wirkt und so ein bisschen gegen den Strom, aber der hat einfach eigene Vorstellungen auch und hat das nicht schlecht gemacht. Und Dorothee Bär wird offensichtlich Staatsministerin im Kanzleramt für Digitales. Das ist jetzt so der Gossip in Berlin und wohl auch in München und auch mit den beiden anderen Koalitionspartnern nach einigem Streit so abgesprochen. Ja, das haben wir uns jetzt mal alles notiert. Wir gucken, ob es so kommt. Dann reden wir wieder. Ich danke für heute sehr herzlich für das Gespräch. Nico Fried. Danke Ihnen. Tschüss. Danke, es geht. Danke. Danke. Es geht. Vielen Dank.